Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, haben wir einander einst ins Poesiealbum geschrieben und dabei unterschlagen, dass es im Original von Seneca ursprünglich gerade umgekehrt hiess. Nicht fürs Leben, sondern für die Schule lernen wir. Finden Sie, das klingt ernüchternd? Muss nicht sein, behauptet der Professor für Erziehungswissenschaften Roland Reichenbach, der heute bei mir zu Gast ist. Guten Morgen, Herr Reichenbach. Ja, für die Schule lernen wir, heisst auch eines Ihrer Bücher. Wirklich? Für die Schule lernen wir unter Untertitel Plädoyer für eine gewöhnliche Institution. Und Sie haben es erwähnt, Seneca wird falsch zitiert sozusagen. Allerdings bedauert er, dass wir für die Schule lernen und nicht für das Leben. Mich hat das interessiert, diese Dichotomie zwischen Schule und Leben. Und ich glaube, das ist sehr problematisch, dass wir sozusagen das Leben so hoch werken gegenüber der Schule und eigentlich dann fragen, ob die Schule nicht zum Leben gehört, ob es eine Vorstufe des Lebens ist, ob das wahre Leben erst nach der Schule oder neben der Schule stattfindet. Klingt ja ein bisschen wie die Trennung zwischen der Work-Life-Balance, wo man ja auch immer das Gefühl hat, wieso gehört eigentlich die Arbeit nicht zum Leben? Ja, ich würde auch sagen, die Schule gehört zum Leben. Natürlich ist es eine gewöhnliche, jetzt gewöhnliche Institution. Natürlich ist es auch eine problematische Institution für viele Kinder, nicht nur für die Kinder. Und man, wie jede Institution, kann es als etwas Artifizielles, Künstliches erlebt werden. Also eine ärgerliche Tatsache, mit der wir uns einfach abfinden müssen. Dennoch glaube ich, dass die Schule heute unter starker, zum Teil sehr populärer Kritik ist. Und das hat sie meines Erachtens nicht verdient. Und es ist auch gut, wenn wir für die Schule lernen, dann lernt man wenigstens etwas. Ein anderer Begriff, der auch so ein bisschen diese Trennung aufmacht zwischen Leben und Schule, ist der Ausdruck der Bildungsferne. Und von Ihnen sagt man ja zuweilen, dass Sie aus einem bildungsfernen Milieu stammen. Das ärgert Sie aber immer auch ein bisschen. Ja, ich würde sagen, der Begriff der Bildungsferne, aus dem bildungsfernen Milieu, würde ich tatsächlich meinen, dass es eigentlich, in diesem Begriff höre ich eine Verachtung. Und mit der kann ich mich gar nicht anfreunden. Und es zeigt diese typische Verarmung des Bildungsdenkens, mit der wir uns heute abfinden müssen oder nicht abfinden wollen, wenn wir nämlich Bildung und Schulbildung gleichsetzen. Und es erstaunt mich, dass Bildungsforscher ganze Bevölkerungsgruppen als bildungsfern bezeichnen können. Und man fragt sich, wie bildungsnah die eigentlich sich selber vorkommen. Und ich frage mich auch, was die genau denken, was Bildung für sie eigentlich darstellt oder nicht. Sind es tatsächlich die Anzahl Bücher, die zu Hause auf dem Regal stehen? Ist es die Anzahl der Jahre, die man in diesen Institutionen verbringt? Ist das ein guter Indikator, um Bildungsnähe und Bildungsferne zu bezeichnen oder zu kennzeichnen? Ich glaube, das ist höchst problematisch. Viele Studien behaupten ja aber eigentlich schon, dass das Kind sehr viel zu Hause auch lernt. Nicht zuletzt auch zum Beispiel dadurch, dass die Eltern viel mit dem Kind sprechen. Sie selber sagen von sich, Sie hätten sehr, sehr viel fern gesehen und erst mit zwölf Jahren freiwillig das erste Buch gelesen. Wie wurden Sie denn bildungshungrig? Ich glaube, wir sind jetzt hier im Fernsehen. Ich sage es nicht deswegen. Im Fernsehen kann man sehr viel Blödsinn anschauen, aber auch sehr viele interessante Sendungen. Und als Kind mit meinen beiden Brüdern haben wir in der Tat sehr viel Fernsehen gesehen. Und ich glaube, wir haben auch sehr viel davon profitiert. Natürlich hätten wir zum Teil andere Dinge machen können, statt Fernsehen schauen. Aber es ist ambivalent. Und heute weiss man, eigentlich ist es nicht das Fernsehen, das irgendwie das Problematische an der Bildung ist, sondern die Zeit, die man verliert und die man vielleicht für andere Dinge einsetzen könnte. Also ich würde sagen, meine Fernsehbiografie sozusagen oder Erfahrung hat sehr viel geholfen, mich für Bildungsfragen überhaupt zu interessieren. Sie haben ja dann das Lehrerseminar gemacht, obwohl Sie auch von sich sagen, in Ihrer Jugend oder Kindheit im Berner Oberland seien Sie nicht immer ein einfacher Schüler gewesen. Und die Schule war jetzt nicht gerade irgendwie der Ort der grossen Begeisterung. Das stimmt allerdings. Das heisst, ich würde sagen, ich hatte Ups und Downs. Das widerspiegelt sozusagen die Bergwelt, Höhen und Tiefen. Und es ist auch wahr, dass ich das Lehrseminar damals, das konnte man damals von der Sekundarschule in das Lehrseminar gehen, dass ich das gewählt habe, eigentlich nur, in Anführungszeichen nur, weil ich quasi nicht wusste, was ich machen will, aber ich wusste, dass ich interessiert bin an Sport, Musik und Kunst. Und das wurde im Lehrseminar doch sehr gewichtet und das war für mich der ausschlaggebende Grund. Nachher eine grosse Karriere zum Professor hin, mit verschiedenen Stationen, auch in Kanada, in Kalifornien, in Münster waren Sie lange Zeit Professor. Noch einmal meine Frage, wie kam es dann dazu, von dieser Kindheit im Berner Oberland, wenig Bücher, nicht so gern in die Schule gegangen, heute Hochschullehrer, Professor. Irgendwann muss es Ihnen den Ärmel reingenommen haben mit diesen Büchern und dieser ganzen Bildung, ja? Ja, ich glaube, relativ früh. Und wenn ich jetzt sage, oder wenn Sie sagen, eben bildungsfernes Milieu, dann würde ich das ja verneinen. Meine Mutter war sehr interessiert, dass wir zum Beispiel in die Ferien gehen, dass wir nach Rom gehen, dass wir nach Athen gehen, dass wir mal die Akropolis anschauen. Und das würde man nicht erwarten, das ist nicht selbstverständlich. Und meine Eltern haben vor allem auch unterstützt, dass ich als Erster in der Familie ein Instrument lernen durfte. Aber dann wollte ich natürlich gleich zwei. Und dann habe ich eben zwei gleichzeitig lernen können, nämlich Gitarre und Klavier. Und ich glaube, dieser Musikunterricht ist für mich sehr bedeutsam im Nachhinein gewesen. Und ich glaube, diese Exklusivität, dass man mit einer erwachsenen Person alleine ist, 40 Minuten lang und das jede Woche, dass man über die Woche üben muss, dass man neue Symbolsysteme, das Notensystem, Harmonielehre, dass man solche Dinge lernt. Und dann im Nachhinein muss ich sagen, die beiden Typen, der eine war ein alter, strenger Klavierlehrer, und der jüngere Gitarrenlehrer war ein eher ausgeflippter, sage ich jetzt mal, spät 68er, der mir eigentlich sehr viele andere Dinge lehrte, statt Gitarre. Aber das sind eigentlich für mich beides Fenster in einer Welt gewesen, die im Nachhinein, glaube ich, sehr bedeutsam ist. Aber wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, verstehe ich gar nicht, wie kommt es denn zu diesem Attribut, bildungsferne Familie, Akropolis sehen, Gitarre spielen? Eben, ich sage ja, die Bildungsferne, dieses Wort ist, kein Mensch ist im Grunde genommen bildungsferne. Das ist ja eine Raummetaphorik, Nähe, Distanz quasi und Ferne zur Bildung, und man fragt sich, was bedeutet das? Und heute kann man sagen, ich wohne jetzt in Kleinbasel, da kann man sagen, dort sind sehr viele bildungsferne Menschen, das heißt, ja, quasi bildungsferne, wenn die zu Hause arbeiten müssen und für die kleinen Geschwister schauen müssen, statt dass sie für die Schule lernen, oder wenn sie im Betrieb arbeiten, im Laden, statt in die Schule zu gehen, dann sind sie bildungsferne. Das heißt, Menschen, die Verantwortung übernehmen müssen, sind bildungsferne. Andere aber, die vielleicht mit 25, 30 immer noch an der Universität sind und nicht so genau wissen, was sie jetzt mit ihrem Leben anfangen wollen, die sind bildungsnah. Und da merkt man, da kann etwas nicht in Ordnung sein. Und das Verständnis von Bildung ist hier sehr reduziert. Und ich glaube, so sollten wir nicht sprechen, aus der Pädagogik sowieso nicht. Aber leider hat sich dieser Begriff der Bildungsferne durchgesetzt. Er ist aber auch ein Unwort, so ist er in 2013 in der Armutskonferenz in Deutschland definiert worden. Und ich glaube, es ist sehr richtig, das als ein Unwort zu bezeichnen. Jetzt haben Sie gesagt, viele Kinder lernen, nicht mehr Verantwortung zu übernehmen. Es gibt ja auch diese Tendenz dazu, dass man den Kindern vor allem beibringt, sich um ihre eigene Bildung zu kümmern. Also sie sollen büffeln und gute Noten schreiben. Haben Sie den Eindruck, dass wir die Kinder stärker zu kleinen Egomanen erziehen heute? Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, die Frage, die mich interessiert bei diesem ganzen Fokus auf das Kind, das Individuum, das Hirn, das Selbst, das selbstregulierte Lernen, ist eher, was sagt das über unsere Welt aus? Und ich glaube, das müssen wir eigentlich uns fragen, wenn wir jetzt diesen Fokus haben plötzlich. Jetzt müssen es die Kinder alle quasi wie selber wissen, selber können. Und man will es ihnen nicht zeigen, sondern man will ihnen zeigen, wie sie es selber machen können. Und was sie dann damit machen, das soll ihre Sache sein. Diese Philosophie, diese Hintergrundidee, die finde ich befragenswert. Und im Grunde genommen beunruhigend, sie sagt etwas über unsere Gesellschaft aus. Und nicht über das Kind, auch nicht über die Güte der Lehre, sondern sie sagt etwas aus, wo wir uns befinden. Und ich glaube, das ist... Wieso beunruhigend? Beunruhigend, weil hier bestimmte Aspekte ausgeblendet werden, nämlich unsere fundamentale Abhängigkeit von anderen Menschen. Wenn wir hören, dann haben wir Selbstkompetenzen, Sozialkompetenzen, natürlich Fachkompetenzen und so weiter. Und wir glauben, wir könnten diese klar bestimmen, modellieren und so weiter und klar voneinander differenzieren. Aber man merkt, so ist es eben nicht. Sondern Menschen haben ein Leben, sie teilen es mit anderen, sie haben Probleme, sie haben Aufgaben, die sie gar nicht gewählt haben. Und an diesen Aufgaben müssen sie sozusagen sich abarbeiten und dabei entwickeln sie Kompetenzen. Und das können sie nur bedingt in einer institutionalisierten Erziehung oder Pädagogik bewirken. Sie können persönliche Betroffenheit nicht herstellen. Und man merkt sozusagen, diese Poesis, dieser Herstellungsmodus, den eigentlich die Idee der Praxis abgelöst hat, der stört mich in diesem ganzen Denken, das sehr weit verbreitet ist. Sie sprechen natürlich damit ein Stück weit auch den Lehrplan 21 an, wo der Begriff der Kompetenz eben sehr hochgehängt ist. Es sind 363 Kompetenzen, die im Lehrplan gefordert werden, die ein Kind also erlernen soll. Dagegen gab es sehr viel Widerstand. Der Begriff der Kompetenz, was ist das Problem? Ich glaube, mit dem Begriff der Kompetenz, ich glaube, das ist ein unproblematischer Begriff. Wir müssen nur wissen, was wir darunter verstehen. Und es gibt eine lange Tradition, auch der Kompetenzerforschung in Sozialwissenschaften. Nicht nur in der Pädagogik, das gibt es in der kognitiven Psychologie. Wir finden das in der Ethnologie. Wir finden das in den 30er, 40er Jahren. Und da ist der Kompetenzbegriff eigentlich eine antibehäueristische Idee gewesen, dass man quasi den Menschen nicht von aussen gesteuert sehen wollte, sondern eben die Eigenaktivität, auch den kleinen Menschen als Konstrukteur der eigenen Welt, wollte man sozusagen in den Vordergrund rücken. Und das sind Vorarbeiten, die es machen, dass wir heute so eine sehr positive Konnotation von Kompetenz haben. Und wenn man gegen ein Konzept überhaupt nichts haben kann, gegen ein Wort, gegen eine Hülse, und alle nur mit dem Kopf nicken, dann entspricht das einer Form von Gottesdienst, würde ich sagen. Und da ist etwas nicht in Ordnung. Das heisst, etwas, worüber wir nur zustimmen können, das verdeckt etwas. Man muss dann nach der Rhetorik fragen, warum taucht das jetzt auf? Warum ist es jetzt offenbar nötig, dass wir sämtliche Bildungsinhalte kompetenztheoretisch fassen wollen, als Kompetenzen verstehen wollen? Und das ist die interessante Frage. Und sobald man dann beginnt, näher zu definieren, was Kompetenz ist und nicht ist, dann beginnt der Streit. Und das ist auch richtig so. Ich meine, Max Planck hat mal schön formuliert, das ist eine meiner Lieblingszitate, es gibt Dinge, über die wir uns einigen können, Komma und wichtige Dinge. Und ich glaube, Kompetenz ist tatsächlich eine wichtige Frage. Und die gesellschaftlich zentralen Begriffe sind immer strittig. Nicht schwammig, jeder kann irgendetwas sagen, sondern sie sind strittig. Man kann kohärent, konsistent darüber reden, aber man muss es tun. Und was im Lehrplan 21 und vielen anderen noblen, grossen Projekten einem präsentiert wird, ist sehr wenig strittig. Es ist alles klar. Jetzt plädieren Sie eigentlich ein bisschen fürs Streiten, dann geht es auch um wichtige Dinge. Aber umgekehrt sagen Sie, es herrscht eine Neomanie im Bildungssystem. Wir wollen dauernd neue Reformen, dauernd hat man das Gefühl, man müsste alles wieder auf den Kopf stellen. Dagegen wehren Sie sich? Ja, die Neomanie ist natürlich so ein Wort, über das man auch diskutieren könnte, was es ist. Und Neomanie meint eigentlich eine Erneuerung oder der Wunsch nach dauernder Erneuerung, ohne dass man weiss, worin das Neue jetzt eigentlich genau besteht. Niemand würde in der Moderne bestreiten, dass es Transformationen und Erneuerungen gibt. Es gibt selten so etwas wie radikale Revolutionen, das sind aber unsichere Zeiten. Aber die haben unsere Welt, unsere Kultur auch natürlich bestimmt. Zum Glück sind sie nicht so häufig, zum Glück sind sie aber tatsächlich auch passiert. Dann gibt es das Neue nicht als Revolution, sondern als Steigerung, etwa im technologischen Bereich. Das begrüssen wir in der Regel. Da können wir irgendeine Technologie, eine Technik ausdifferenzieren und sie führen zu besseren oder effizienteren Resultaten. Und dann gibt es so etwas, und das ist eher ein Ästhetisieren im negativen Sinn von Ästhetik, das Neue als Prinzip. Es muss einfach immer das Neue her. Das heisst, das Alte muss begründet werden, das Neue nicht. Aber ein Stück weit ist Ihre These doch gegenläufig zum Empfinden der meisten Leute. Viele sagen ja gerade das umgekehrt und sagen, guckt euch mal die Schulen an, das ist eigentlich ein Konstrukt aus dem 19. Jahrhundert. Eigentlich hat sich nicht wirklich etwas verändert. Gerade deswegen muss es eben neu werden. Da würde ich sagen, erstens sieht unsere Schule überhaupt nicht so aus wie im 19. Jahrhundert. Das ist, ich glaube, das ist eine Behauptung, die einfach dahingestellt wird. Und zweitens würde ich sagen, das, was ähnlich aussieht von Struktur-Meckmann, hat offenbar eine bestimmte Stärke. Und es ist wichtig, dass Institutionen auch eine bestimmte Beständigkeit haben. Aber die Verhältnisse zwischen den Schülern, zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern haben sich sehr verändert. Die Didaktiken haben sich verändert, es hat sich sehr vieles verändert. Aber vieles bleibt sich eben auch gleich. Es kann sich nicht alles verändern. Das ist eigentlich elementar, was ich hier sage. Aber deshalb geht es hier eigentlich eher um die Rhetorik und um Vokabeln, statt um tatsächliche Veränderungen, die man feststellen könnte. Das heisst, es sind Diskurskonstrukte. Und beunruhigend sind die deswegen, weil diese ganze Neomanie, dieser Ausdruck von Innovationsbereitschaft, alle wissen, sie müssen innovieren, alle wissen, sie müssen dauernd etwas verändern, aber sie wissen nicht mehr, wozu. Diese Innovationsrhetorik hat den Fortschrittsgedanken ersetzt. Fortschritt heisst, man weiss, woher man kommt und vor allem, wohin man gehen will. Innovation bedeutet, man muss sich dauernd verändern, man weiss aber das Ziel nicht mehr richtig. Und das ist sozusagen für eine pädagogische Hintergrundphilosophie oder überhaupt als Ermöglichung von pädagogischer Praxis keine gute Voraussetzung. Aber stimmt das wirklich, dass man nicht weiss, wohin man geht? Christoph Eimann, der Präsident der Eidgenössischen Erziehungsdirektorenkonferenz, der sagt zum Beispiel, wir sehen, es hat zu wenig Ingenieure, wir brauchen da einfach mehr, also müssen wir ein Stück weit Naturwissenschaften stärken, wir müssen Mathematik stärken. Man sieht auch, Wikipedia-Wissen ist für alle zugänglich, der Computer ist etwas, was unsere Welt radikal verändert hat. Natürlich muss sich die Schule ändern. Ja, ich meine, natürlich gibt es so Teilsegmente, Fragen, wo es klar ist. Und dieses, was Sie mit Eimann ansprechen, ist sozusagen, die Kluft zwischen Beschäftigungssystem und Bildungssystem darf nicht zu gross werden. Das heisst, und das ist klar, insofern weiss man, diese Aufgabe ist sehr wichtig. Ob man sie dann aber kontrollieren kann, ob man das wirklich bewirken kann, das ist eine andere Frage. Wenn Sie das Beispiel des Lehrers und Lehrerinnenmangels nehmen, während 100 Jahren, etwa 25 Jahre gab es zu viel, 25 zu wenig, etwa 50 hat es gestimmt. Und das zu steuern ist sehr, sehr schwierig. Aber natürlich... Das liegt ja gar nicht so sehr daran, dass man kein Ziel hat, sondern es liegt eher daran, dass man nicht in der Lage ist, dieses Ziel dann adäquat zu verfolgen. Nein, ich glaube, es gibt sehr viele Binnenziele. Ja, wo man quasi weiss, wir haben zu wenig von dem, wir müssen mehr investieren. Das heisst noch lange nicht, dass man weiss, wie man es macht. Das ist einfach eine Diagnose, eine Defizitdiagnose. Und man schaut, wie könnten wir hier diesem Defizit begegnen. Und momentan wissen alle, MINT, Naturwissenschaften, Technik, Informatik, das ist ein expandierender Markt, beziehungsweise die Leute fehlen. Wir wollen sich nicht alle aus dem Ausland holen, da müssen wir was machen. Ich glaube, das ist unproblematisch, diese Diagnose. Und da wird auch sehr viel investiert. Aber wenn wir dann fragen, die pädagogischen Fragen im engeren Sinne, da gibt es meines Erachtens eine grössere Verunsicherung. Und symptomatisch dafür ist meines Erachtens diese ganze Kompetenzwelt. Und ich würde schon sagen mit der Hannah Arendt, dass hier etwas passiert, als ob die ältere Generation, die jüngere Generation nicht die Verantwortung wirklich abschieben will. Aber sie möchte einfach die Kinder und Jugendlichen so ausstatten, dass die dann selber machen können, wie sie müssen. Und das meine ich damit. Man weiss nicht mehr, wohin die Reise gehen soll. Und wenn sie in irgendeinem Bereich, das kann auch das Gesundheitswesen sein, das muss nicht der Bildungsbereich sein, die Menschen sind immer aktiver, dauernd müssen sie neue Programme, irgendwelche Reformen, administrativer Art, politischer Art, ganz praktischer Art. Und sie wissen nicht genau, warum. Es erfordert mehr Zeit. Sie glauben vor allem nicht, dass es ein Fortschritt ist. Das ist entscheidend. Es ist nur eine Innovation sozusagen, aber es geht nicht vorwärts. Und mir gefällt die Metapher von Virilio, rasender Stillstand. Und die Menschen sind in dieser Aktivität, aber merken nicht, dass es vorwärts geht. Und ich glaube, das muss man ernst nehmen, dieses Unbehagen. Sonst sagt man einfach, die Lehrer verstehen es nicht, die Ärzte verstehen es nicht, die ganzen Berufsgruppen verstehen es nicht. Und ich glaube, das muss man ernst nehmen. Das heisst, die pädagogische Tätigkeit, jede Tätigkeit muss einen Sinn machen. Und diese muss geteilt werden können. Der Sinn des Sins ist, dass er geteilt ist. Das ist keine Privatsache. Und ich glaube, hier gibt es doch eine bestimmte Herausforderung, Probleme. Sie sprechen von dieser Neomanie. Sie kritisieren, dass es viel Innovation gibt, ohne wirkliche Fortschrittsidee. Würden Sie denn sagen, eigentlich können wir uns zurücklehnen, unsere Schulen sind prima? Das würde ich nie sagen. Ich würde sagen, Schulen sind erstens nie prima. Sie sind immer problematisch. Überhaupt das gesellschaftliche Leben ist problematisch. Und die Schule, das Bildungssystem, ist ein Subsystem. des gesamtgesellschaftlichen Systems, neben Gesundheitssystemen, Transportsystemen und so weiter, Rentensysteme. Und die Widersprüche des Gesamtsystems widerspiegeln sich auf der Subsystemebene. Das heisst, wir haben es hier eigentlich mit einer komplexen Institution zu tun. Und deshalb ist es nicht sinnvoll, sie so unterkomplex zu kritisieren. Ob man sie verteidigt oder negativ sozusagen kritisiert, ist dann immer noch die Frage. Aber ich erfahre die meiste Schulkritik als dogmatische Besserwisserei, im Grunde genommen, wenn man näher schaut. Und Kritik heisst, sich zu fragen, wie gut sind eigentlich die Gründe, die wir haben für bestimmte Behauptungen, oder die andere für bestimmte Behauptungen vorlegen, zum Beispiel, dass eine Reform nötig ist, wie gut sind die Belege, die empirischen Belege, wie methodisch gut sie sind, woher wissen wir das? Und was ist die Quelle der dogmatischen Besserwisserei? Ist das einfach die Tatsache, dass alle mitreden wollen, dass die Schule ja so ein Problemfeld ist, bei dem alle sich als Experten fühlen? Ich glaube, Nachdenken ist nicht sehr produktiv. Nachdenken ist nicht sehr produktiv. Das muss ich jetzt mal kurz schätzen lassen. Das Dogmatische ist ein Mangel an Nachdenken. Überhaupt ein Mangel an Denken. Dogmatische Besserwisserei ist sehr häufig. Und das kann auch sein, dass das, was behauptet wird, durchaus valide ist. Wenn Sie jemanden aus der Wirtschaft fragen, was soll die Schule, dann hat er klare Vorstellungen. Das ist in Ordnung. Wenn Sie jemanden fragen, der sich eher mit der Zivilgesellschaft und mit Staatsbürgertum beschäftigt, der wird gute Antworten haben. Wenn Sie jemanden fragen aus dem eher psychologisch-pädagogischen Bereich, der wird vielleicht sagen, die Sinnsuche oder das Wissen, die Freude an der Kultur, das sind die relevanten Dinge. Und dann wird man merken, das ist alles richtig. Das scheint doch alles plausibel zu sein. Und man merkt dann, aha, das sind ganz unterschiedliche Perspektiven, die man auf Schule haben kann. Wenn Sie aber jetzt irgendjemanden nehmen, der es besser weiss, wie Sie sitzen ja zum Teil auch hier an diesem Tisch, dann wissen die genau, was zu tun ist, was die Fehler sind der Schule, was man verbessern müsste. Und ich frage mich nur, woher wissen die das? Das heisst, das Epistemologische, das Selbstbefragende, woher weiss ich das eigentlich, ist sehr gering. Und das ist dogmatisch. Wissen Sie es? Wenn Sie jetzt fragen würden, und wie soll die Schule aussehen? Das fragen Sie vielleicht, vielleicht auch nicht. Dann hätte ich schon ein paar Ideen. Das ist klar. Aber ich wollte damit sagen, viele haben ein paar Ideen. Das heisst noch nicht sehr viel. Aber wenn wir einen Diskurs führen, dann sollten wir den auch so führen, dass wir fragen, woher wir etwas wissen, wie gut, wie wir etwas begründen. Und das ist etwas, was ich vermisse natürlich. Nicht ich allein, sondern sehr viele. Und das ist ein Unbehagen an einer Kultur, wenn nicht einmal begründet wird, sondern nur noch behauptet wird, dass etwas wirklich nötig ist. Das, glaube ich, ist eigentlich mit der Wissenschaft sowieso nicht vereinbar, mit dem wissenschaftlichen Ethos, aber auch mit dem demokratischen nicht. Und da fühlen sich die Menschen ein bisschen übergangen. Jetzt heisst es, jetzt müssen wir das machen. Und es wird einfach behauptet. Das heisst, Erfahrung wird sozusagen entwertet, ohne aufzuzeigen, wie es bisher war, was genau die Probleme waren und warum jetzt eine andere Praxis wirklich nötig ist und warum wir gute Gründe haben, zu behaupten, das sei eine bessere Praxis. Und das ist schon erstaunlich, dass mit einer Institution, die so tief im Volk sozusagen verankert ist, so glaube ich, das ist keine gute Art und Weise, wie Politik betrieben wird. Und ich glaube, das ist sehr verbreitet. Und das ist das Unbehagen. Lehrpersonen werden sagen, Bürokratie und so weiter. Ich sehe das nicht, Bürokratie. Ich glaube, das ist eher eine Metapher für diese Gängelung, die man fühlt. Sie zitieren zuweilen auch Luhmann, Niklas Luhmann, den grossen Systemtheoretiker und weisen darauf hin, dass ja eigentlich ein Problem der Moderne genau das ist, dass eigentlich alle mitreden wollen. Man möchte die Sachen kontrollieren, aber Luhmann hat früh schon darauf hingewiesen, in der Moderne brauchen wir vor allem Vertrauen, weil Kontrolle funktioniert gar nicht mehr, weil wir eben ein Stück weit gar nicht mehr das Wissen haben, die Sachen zu kontrollieren. Das heisst, Vertrauen wäre das Stichwort der Stunde, aber gleichzeitig gibt es nichts, glaube ich, oder wenige Gegenstände, bei denen wir so wenig das Vertrauen haben, dass die Sache wirklich noch funktioniert. Woher kommt denn dieses Misstrauen in das Bildungssystem? Oder glauben Sie, man redet das die ganze Zeit schlecht und stimmt nicht mal diese Diagnose? Ich glaube, es funktioniert so vieles so sehr gut, dass diese Diagnose nicht stimmen kann. Ich würde gleichzeitig sagen, die Schule ist unfair, sie wird wahrscheinlich auch unfair bleiben. Wenn man dann hier modelliert und sie verändern will, da kann man einfach neu bestimmen, wer sozusagen die Verlierer und die Gewinner sind oder wo man etwas verändern will, das ist in Ordnung. Aber insgesamt gibt es sehr viele Aufgaben und Funktionen, die die Schule erfüllt und die sollte man nicht einfach ignorieren. Und dazu gehört etwa, nicht nur diese ganze Idee der Zivilität, des Gemeinsinns, es gehört auch dazu, die Sorte von Objektivität, die wir in der Schule haben. Das heisst, dadurch, dass wir an eine Sache ausgerichtet sind und die Lerngegenstände sich meistens irgendwie an Wissenschaft anlehnen oder zu ihr nicht in Widerspruch sein sollen und die Art und Weise, wie wir im Kollektiv darüber diskutieren und nicht jede für sich, nicht jede eingeschlossen in seiner Psychologie, das halte ich für sehr bedeutsam. Das heisst, Argumente können zählen, es gibt besseres und schlechteres Wissen, es gibt offene Fragen, es gibt den Streit, es gibt die Auseinandersetzung. Das sind alles ganz zentrale... Also, dass das Kind diese Erfahrung machen kann, dass es sozusagen um Argumente geht und nicht einfach um Macht spielt. Und nicht nur um Macht. Und dann natürlich macht man überall die Erfahrung, dass die Argumente dann nicht ausschlaggebend sind. Aber legitim ist das nicht. Das heisst, die Macht ist ein Faktum, aber die Macht gehört zum Leben. Die Frage ist nicht, wollen wir Macht oder wollen wir sie nicht, sondern welcher Gebrauch von Macht ist legitim und welcher ist nicht legitim? Eine Quelle von Unbehagen oder Unzufriedenheit ist natürlich immer auch das PISA-Ranking, also diese Vergleichsstudien der OECD, die Schweiz jetzt auch nicht immer gerade unglaublich gut abschneidet. Sie sind ein PISA-Kritiker. Warum? Ja, also, wenn man sagt, Kritiker heisst es immer, man ist dagegen. Ich bin an sich nicht gegen solche Leistungsvergleiche. Im Gegenteil, ich mag die eigentlich, wenn man so diese Olympiaden, dieses Interessant zu sehen, dass zum Beispiel, wenn man jetzt an Deutschland denkt, dann sieht man, ah, Bremen ist etwa so gut, ist zwischen Brasilien und Mexiko, finde ich interessant. Oder Bayern ist natürlich besser als Bremen. Bayern ist etwa so gut wie Österreich oder Schweden. Aber dann gibt es noch die Finnen, die werden jetzt auch schlechter, wie wir neu gelesen haben. Die Koreaner bleiben immer noch oben. Und dann, das finde ich einfach interessant. Nur, was machen wir damit? Und ist das ein Wissen, das die Schulpraxis besser macht? Natürlich nicht. Ist es ein Wissen, was hilft, die Steuerung der Bildungssysteme besser zu kontrollieren? Nein, sicher nicht. Aber genau diese Behauptungen, die sind mit diesen Vergleichen einhergegangen. Die PISA ist von der OECD, die PISA-Untersuchung sozusagen initiiert worden. Das hat überhaupt keine pädagogischen Gründe. Und später, im Nachfolge, gab es interessante Untersuchungen. Deshalb würde ich nicht sagen, das ist alles Quatsch. Aber wenn dann PISA ein solches Gewicht bekommt, das konnte man in Deutschland, auch hier zum Teil nur, dass man einen sehr teuren Katastrophendiskurs initiiert, wie schlimm es ist. In Deutschland hat man gesagt, oh, wir sind so, das geht gar nicht. Wo stehen wir international? Die Franzosen ganz anders. Die haben gesagt, das ist nicht so schlimm, es ist ja nur international. Die haben ja eine ganz andere Logik gehabt. Und jetzt haben wir diese Ranglisten. Aber jeder Mensch weiss, dass diese Ranglisten die Schule nicht verbessern werden, sondern die Praxis kann man nur in der Praxis verbessern. Und man kann sie auch untersuchen, wie diese Verbesserung funktioniert, aber nicht mit PISA. Das Ziel der PISA-Studie war natürlich auch ein internationaler Vergleich. Insofern als man weiss, Bildung ist heute auch ein globaler Wettbewerbsvorteil. Und genau um dieses Thema geht es auch im Film Alphabet von Erwin Wagenhofer. Und der Kulturplatz hat daraus Ausschnitte gezeigt. Wir schauen uns einen an. Das Mass im globalen Bildungsrennen ist heute das PISA-Ranking. Und da liegt China auf Platz 1. Ausbildung ist hier alles. Chinas Schüler lernen am längsten, haben den grössten Prüfungsdruck und schlafen am wenigsten. Die Nebenwirkung? Selbstmord ist die häufigste Todesursache bei Chinas Jugendlichen. Das lässt ihn kalt, den internationalen Koordinator der PISA-Studien Andreas Schleicher. Der Film-Alphabet begleitet ihn auf Inspektion beim grossen Vorbild. Da bin ich in Ländern wie China doch irgendwo optimistisch, dass die sehen, wo die Reise hinläuft und eben auch bereit sind, die Zukunft anders gegen die Gegenwart abzuwägen, als wir das tun. Ein Stück weit wird hier gesagt, Bildung schafft Zukunft. Eigentlich doch eine gute Sache. Ja, sicher. Die Frage ist jetzt, was PISA bedeutet und was diese Idee, diese sogenannte Bildungsfieber jetzt der Chinesen oder überhaupt der Ostasiaten bedeutet. Und ich glaube, das ist in der Tat beeindruckend. Das heisst, es kommt in Ostasien zum Ausdruck, dass man wirklich an die Zukunft glaubt, dass man da investiert und glaubt, es rentiert sich. Dass das aber sehr wichtige Nebenfolgen hat, die man nicht gutheißen kann, ist auch klar. Aber nochmals, ich möchte das schon noch sagen, zu behaupten, dass PISA der Standard sei und dass man mit PISA, mit den PISA-Resultaten Wesentliches über die Leistungsfähigkeit des Systems aussagen kann, das würde ich doch bestreiten. Und ich kenne auch Kollegen, die sehr mit PISA vertraut sind, die wissen das haargenau. Sie sagen es natürlich öffentlich, nicht unbedingt, weil es ist nicht funktional. Man kann nur PISA weiterführen, wenn man behauptet, es sei auch ein relevantes Wissen. In Deutschland wurden jetzt bisher in 15 Jahren 100 Millionen Euro für die PISA und andere Leistungsstandarderhebungen ausgegeben. 100 Millionen Euro, man kann sagen, es ist in der Tat nicht viel. Das Bildungssystem kostet viel mehr. Jeden Monat kostet es Milliarden. Und deshalb kann man sagen, ja, ist ja nicht so wahnsinnig schlimm. Aber ich würde die Relevanz der Daten, nicht, dass es nicht interessant ist, aber die Relevanz für Steuerung und für die Bewerbung der Leistungsfähigkeit der Schulsysteme, das würde ich doch ein bisschen bestreiten. Was heisst ein bisschen? Ich würde sagen, sehr stark bestreiten. Und auch sagen, das ist nicht eine Beschreibung von der Realität, sondern das ist eigentlich normative Empirie. Man gibt vor, was die wissen sollen und dann schaut man, wo stehen die jetzt. Man schaut nicht, unter welchen Bedingungen erreichen die was. Das heisst, man schaut nicht nach Leistung. Man muss wissen, was die Bedingungen sind und was sie innerhalb von einer bestimmten Zeit, dann kann man etwas über Leistung sagen. Aber so sehe ich ihn nicht. Aber wenn wir noch mal zum Beitrag zurückgehen, es ist ja immer wieder beeindruckend, in China zu sehen, viele asiatische Länder, wo man den Eindruck hat, da gibt es ein Bildungsethos oder ein Lernethos. Das sind vielleicht auch zwei unterschiedliche Dinge. Sie sind ja auch begeistert vom Konfuzianismus und sagen, da ist eigentlich eine Bildungsidee vorherrschend, die eben gerade anders funktionieren würde. Und ich kriege das so schlecht zusammen mit dem, was wir hören von Asien. Tiger-Mom-Phänomene, die Kinder werden richtig gedrillt und sie kommen jetzt mit dem Konfuzianismus. Was hat das miteinander zu tun? Ja, das ist natürlich schon, es wirkt schon wie ein Widerspruch. Das Erste ist, begeistert bin ich nicht, nur sehr interessiert. Und zwar nicht, weil ich diese Wirklichkeit, die hier gezeigt wird, jetzt mit Konfuzianismus gleichsetzen und auch gutheissen würde. Das würde ich abstreiten. Mein Interesse bezieht sich eher auf die Schriften, nicht auf diese Praxis. Tatsache ist, dass das Lernethos natürlich ein wichtiger Teil des Konfuzianismus ist und des Neokonfuzianismus. Und was mich daran interessiert, ist genau nicht dieses Pieces, dass die genauen Ziele da sind, sondern dass man in diesen Schriften eher eine ganz andere Auffassung von Lernen und Bilden und sich Bilden findet. Nämlich, dass man sich auf etwas einlassen muss, sich mit etwas beschäftigen muss und gleichzeitig nicht weiss, wohin das führt. Und die Ziele ergeben sich durch das Lernen selber. Und hier haben wir eigentlich bei Konfuzius, ähnlich wie schon bei Sokrates, diese Idee der Selbstsorge. Und das ist wirklich eine ganz andere Idee. Und deshalb ist, China ist nicht gleich Konfuzius. Und dass das konfuzianisch geprägte Gesellschaften sind, das ist klar. Aber da muss man dann differenzieren zwischen der Philosophie, der Idee und einer Praxis. Da sind wir bei diesem Plädoyer für die Selbstsorge vielleicht wieder ein Stück weit beim Kompetenzbegriff und der Kritik am Lehrplan 21, wo die Idee eigentlich ein Stück weit ist. Oder so läuft die Kritik. Ob die berechtigt ist, können wir diskutieren. Dass alles, was wir wissen sollen, eben ein Können sein muss. Es muss immer etwas nützen. Und dagegen wehren Sie sich ja auch mit Blumenberg. Bildung ist kein Arsenal, sondern ein Horizont. Was genau ist der Kritikpunkt von Ihnen? Ja, also, ich würde mal so sagen, wenn alle Bildungsinhalte als Kompetenzen definiert werden sollen, das ist sowieso ein Problem. Da müssen wir jetzt länger diskutieren. Und wenn dann alles einen Transfernutzen haben soll, es muss alles für etwas gut sein, das ist an sich auch nicht problematisch. Es ist nur problematisch, wenn man behauptet, man wüsste, wozu es gut ist. Aber das weiss man eben nicht. Das heisst, ich bin sicher nicht gegen Utilitarismus, auch nicht in seiner vulgären Form oder gegen Instrumentalismus oder Funktionalismus. Das merkt man, wenn man keine Funktion für andere hat, wenn man für andere nicht mehr ein Instrument sein kann, dann hat man ein echtes Problem. Das heisst, funktionieren können ist sehr wichtig. Sich gegenseitig Instrument sein können ist sehr wichtig. Nutzen ist sehr wichtig. Aber was nicht geht, ist, dass wir glauben, wir könnten vom Wissen einen direkten Link, eine Verbindung zum Nutzen machen. Das wissen wir nicht. Und der Selbstsorgegedanke ist ein ganz anderer. Der pädagogische Selbstsorgegedanke schon in der griechischen Antike ist eben, dass wir zwar für uns selber sorgen müssen, dass die Selbst- und die Weltsorge in Wirklichkeit das Gleiche ist. Das haben wir im Konfusionismus, das haben wir später bei Humboldt. Aber dass das keine private Angelegenheit ist, sondern dass wir eigentlich den anderen brauchen. Wir sind fundamental abhängig von ihm. Und was mich interessiert jetzt an diesen ganzen Kompetenzbeschreibungen, ist nicht, dass sie irgendwie bösartig sind, das sowieso nicht, sondern sie sind von einem Optimismus und von einem Geist geprägt, den ich nicht nachvollziehen kann. Man kann nicht selber bestimmen, wozu etwas gut ist, sondern wir erfahren das. Und die Kompetenzen, wie Sie wissen, erfahren wir durch Erfahrung. Und die Erfahrung können Sie nicht herstellen. Sie können persönliche Bedeutsamkeit durch die Schule nicht herstellen. Das ist unfreiwillig sozusagen. Ein Grossteil der Entwicklung ist unfreiwillig. Ein Stück weit haben Sie jetzt kritisiert, dass wir so tun, als könnten wir den Transfer nutzen, immer bestimmen. Also wir können sozusagen, oder wir haben die Schwierigkeit, dass nicht alles Wissen einen direkten Nutzen hat. Aber Nutzen ist sehr wichtig. Ja. Gleichzeitig sagen Sie aber auch, Moment mal, es gibt auch Wissen, das nützt vielleicht nie etwas. Sie sprechen von einem Sinnüberschuss, den man in der Schule auch herstellen können sollte. Sie plädieren dafür, sich Kunst anzusehen, Musik zu hören. Sie lieben Gedichte, zitieren Hölderlin, Andi Parzen, das wunderbare Gedicht. Also da habe ich aber schon den Eindruck, es geht Ihnen nicht darum, dass Sie sagen, wenn wir könnten, wäre es gut, wir könnten alles Wissen nützlich machen. Nein, genau so. Sondern es geht um andere Dinge auch. Natürlich geht es um andere Dinge. Aber ich wollte vorher nur sagen, Nutzen ist nichts Schlechtes. Sondern es ist klar, dass die Dinge auch etwas nützen können müssen. Aber es muss nicht alles etwas nützen. Und dann ist die Frage, was ist denn Nutzen? Whitehead hat Nutzen so definiert, eine nützliche Idee ist eine Idee, die uns auf weitere Ideen bringt. Das heisst, wir haben vielleicht eine Sprache für etwas. Und das heisst nicht, dass wir genau wüssten, was wir damit anfangen, aber es ist eine Bereicherung unseres semantischen Netzwerkes, eine Bereicherung der Perspektive, die wir auf etwas haben. Und das kann uns sozusagen nützen in einer anderen Situation, aber wir können nicht wissen und selber nicht bestimmen, was sie uns nützen wird. Und die schlimme Frage ist sozusagen, vor dem Lernen wissen zu wollen, was es bringt. Was bringt es dicke Bücher zu lesen, wenn es auch dünne gibt? Was bringt es überhaupt, dünne Bücher zu lesen, wenn es auch Zusammenfassungen gibt? Warum sollten wir überhaupt noch lesen, ausser lesen können, wenn es ja das Internet gibt? Ja, und sagen Sie, warum sollten wir lesen? Warum die dicken Bücher? Genau, das sage ich Ihnen gleich. Man könnte ja sagen, unser Verständnis ist eher, wir brauchen einfach diese Kompetenzen, zum Beispiel die Methodenkompetenz. Wenn ich dann etwas wissen muss, Sie haben gesagt, Wikipedia, dann greife ich zu. Und dann habe ich das Wissen. Bildung ist etwas ganz anderes als das. Bildung heisst, wir beschäftigen uns mit etwas und dadurch werden wir andere Personen. Dadurch werden wir differenzierter, ohne es bestimmen zu können. Man kann den Menschen nicht von aussen bestimmen, in der Bildung. Man kann den Menschen nicht bilden. Er kann sich nur selber bilden. Aber im Grunde genommen kann er sich auch selber nicht auf souveräne Weise bilden. Man weiss nicht, wie man verändert wird durch eine bestimmte Lektüre, durch eine Begegnung mit einem Menschen, mit einer Kultur, mit einem Problem, das ich habe, mit meinem Freund, der mich verlässt, mit meiner Mutter, die stirbt. Solche Erfahrungen, die nicht gesucht worden sind, prägen unser Leben sehr. Und deshalb hat die Erfahrung etwas mit diesem Widerfahren, mit diesem Erleiden oder passiv erdulden müssen. Und wir brauchen dann meistens die anderen, um diese Erfahrung aktiv sozusagen zu formen und artikulieren. Und dann werden wir tatsächlich reifer. Und wenn Sie den Menschen zuhören, wenn die sagen, ich habe eine Erfahrung gemacht, in meinem Leben habe ich, oder in dieser Schule habe ich die Erfahrung gemacht, dann meinen die nicht, ich habe ein tolles Erlebnis gehabt. Sondern sie meinen, ich meinte, es geht so, aber ich habe gemerkt, es geht nicht so. Ich musste umlernen sozusagen. Ihr Plädoyer für dicke Bücher, für Sinnüberschuss erinnert mich auch ein bisschen an ein Interview, das ich kürzlich gelesen habe im Schweizer Monat, der neuesten Ausgabe vom Juni 2015. Da hat der Schriftsteller Thomas Hürlimann ein langes Interview gegeben. Und er kritisiert da den Gleichheits-Mief in den Bildungsinstitutionen und plädiert ein Stück weit auch wieder für Bildungsideale, die vielleicht auch hin und da elitär sein können. Also wieder die grossen Bibliotheken anpeilen. Haben Sie auch ein Stück weit tief in sich drin, so etwas wie einen Traum davon, Klosterschulen, viel Latein? Nein. Nein? Überhaupt nicht. Und ich würde mich auch, also ich weiss nicht, ob der Hürlimann ein Gleichheits-Mief gesagt hat, ich habe überhaupt nichts gegen Elfenbeintürmen und Spezialisten. Sie sitzen ja in einem. Ja, den gibt es ja schon lange nicht mehr im Grunde genommen. Aber was mich stört an einer solchen Idee ist die Gleichheits-Mief. Das ist gar kein gutes Wort. Und ich will nur sagen, wenn schon Demokratie und wenn schon Bildung, da hat die Gleichheit einen ganz wichtigen Stellenwert. Und Gleichheit ist eben meistens nicht institutionell herstellbar. Gleichheit ist eine Praxis. Sie können ernst genommen werden, als Mensch. Sie können als Kind ernst genommen werden. Wenn die Lehrperson oder die Mutter fragt, warum hast du denn das getan? Sagen wir mal, warum. Dann heisst es, ich nehme deine Gründe, deine Motive für dein Tun ernst. Das ist Unterstellung sozusagen von Gleichheit, von Vernünftigkeit. Und diese pädagogische Praxis ist fundamental. Und das ist eigentlich die Praxis, die dann vielleicht bewirkt, vielleicht auch nicht, dass man sich für bestimmte Dinge interessiert oder nicht. Deshalb von Gleichheits-Mief, das ist ein ganz schlimmes Wort. Aber dicke Bücher, dicke Bücher teilen Sie. Es gibt so viele langweilige dicke Bücher, dass ich jetzt kein Plädoyer für dicke Bücher, sondern ich würde nur sagen, einfach dicke Bücher nicht. Dass das nicht geht, das würde ich sagen, nein. Dann schauen Sie, wenn sich Kinder interessieren für Dinosaurier oder irgendetwas, oder dann sagt man ja auch nicht, interessiert dich doch nicht für diese Dinosaurier, könnte es dich für etwas Nützlicheres interessieren. Was nicht ausgestorben ist. Oder was nicht ausgestorben ist, das macht man ja nicht. Das heisst, hier ist eine bestimmte Leidenschaft, man gibt sich auf etwas hin. Zuerst vielleicht nur die Dinosaurier, weil die so monströs sind. Dann später sind es die Techniken vielleicht. Wie weiss man, was die für eine Farbe hatten eigentlich. Und dann plötzlich merkt man, da kommt sehr vieles zum Vorschein, was wichtig ist. Zum Beispiel eben epistemologische Fragen. Sie haben vorhin mir angekündigt, wenn ich Sie danach frage, dann geben Sie mir ein paar Ideen, wie Sie die Schule verändern würden. Das haben Sie nicht geplant und da habe ich jetzt mir selber dieses Problem geschaffen. Natürlich will ich konkret wissen, was denn Ihre ideale Schule wäre oder wo Sie denken, da hätten wir wirklich Veränderungsbedarf. Ich glaube, ich glaube, dass die Schule auf sehr unterschiedliche Weise sehr gut sein kann. Ich glaube, dass auch die Lehrpersonen auf sehr unterschiedliche Weise sehr wirkungsvolle und wichtige Entwicklungen stimulieren und voranbringen können bei den Kindern. Und dass man das nicht definieren kann. Das heisst, dass es einen Streit gibt über... Sie reichen aus. Nein, 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 nein. Dass es einen Streit gibt über Oberflächenphänomene. Ob man das so oder so, reine didaktische Frage frontal oder mit Gruppenunterricht oder so. Das, glaube ich, sind Oberflächenphänomene. Die interessieren mich immer weniger. Ich glaube, gute Schule hängt von bestimmten Elementarien ab. Und wir wissen, natürlich ist die Lehrperson zentral. Die Lehrperson repräsentiert die Institution und die Institution repräsentiert die Kultur des Wissens und des Könnens, was an das Kind weitergegeben wird. Und daher sind die vier Kriterien, die ich quasi so einfach pädagogisch formulieren würde, was eine gute Schule ist oder was eben gute Lehrpersonen sind, weil es gibt keine gute Schule ohne gute Lehrpersonen. Und man fragt heute immer noch gute Lehrpersonen. Man fragt nicht kompetent. Man sagt immer, was ist ein guter Lehrer? Da fragt man sich, warum? Was die vier Kriterien sind, dass erstens die Lehrperson das, was sie tut, für wichtig finden muss. Und sie muss diese Wichtigkeit zeigen. Entweder es bestimmt die Leidenschaft, das ist wichtig. Das, was wir hier tun, ist nicht einfach nur, weil es im Lehrplan steht oder weil ihr das müsst, sondern es hat eine Bedeutung für unser Verständnis. Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit sozusagen des Wissens, was weitergegeben werden will. Das Zweite ist, das Erste ist, was er zeigen muss. Das Zweite, was er zeigen muss oder sie zeigen muss, ist, dass ich will, dass du das lernst. Das muss man aber zeigen. Diese Erwartung muss sichtbar gemacht werden. Und es ist nicht, ob du, wenn du magst und du kannst selber, nein, ich möchte, dass du das lernst. Und das Dritte ist die Unterstellung, du kannst es lernen, wenn du dir Mühe gibst. Und das ist, das tönt einfach, das ist sehr schwer. Gegenüber Kindern und Jugendlichen, von denen man nicht denkt, dass sie eine grossartige Bildungskarriere hier haben, genau gegenüber denen dieses zu zeigen, dieses Kontrafaktische ist von grösster Bedeutung. Und das ist Professionalität, das ist schwierig, das ist nicht Didaktik oder irgendeine Methode, sondern das ist eine Haltung, die gezeigt werden muss. Und das Vierte ist, das Vierte, was gezeigt werden muss, ist, also das ist wichtig, du kannst es lernen, du sollst es lernen, du kannst es lernen und ich helfe dir dabei. Das muss glaubwürdig sein. Und ich würde sagen, man kann sagen, das wussten wir schon immer. Ja, aber man kann es vergessen. Man kann es vergessen, wenn wir meinen, wenn wir vom Leadership zum Management abdriften und dann, wenn wir glauben, man braucht die richtigen Methoden, dann verflüchtigt sich sozusagen der personelle Aspekt, die Lehrperson wird immer weniger wichtig. Dabei ist sie besonders wichtig für das Kind und sein Lernen. Sie beweisen da ja auch auf die Studie von John Hattie, dem neuseeländischen Bildungsforscher, der während 15 Jahren 250 Millionen Schülerinnen und Schüler beobachtet hat und eigentlich ja gezeigt hat, wie wichtig die Lehrperson ist. Bei mir kommt dann einfach der Eindruck auf, dann hat ein Kind ja einfach enorm viel Glück oder entsprechend Pech, je nachdem, bei welcher Lehrperson es landet. Das ist ja auch ein Stück weit wieder gegen die Gleichheit. Ja, also zum Zweiten, zunächst zum Ersten, das Erste ist, also der John Hattie hat ja in Anführungszeichen nur Meta-Studien, Meta-Analysiert und es ging nur um den Lernerfolg. Und dann hat er diese Faktoren gefunden, etwa 137, und die dann gebündelt und die Lehrperson zeigte sich als die wichtigste Faktorengruppe für den Lernerfolg, was nicht Schulerfolg heisst. und das ist natürlich ein wichtiges Datum und jetzt ist die Frage, was kann man damit machen. Und da wird jetzt, es gab diesen Hattie-Hype und das ist ja auch interessant, weil es sozusagen ein bisschen gegen diese pädagogischen Ideen, die auch hier im Lande herumschwirren, steht, weil wenn man dann schaut, und wie sind die Lehrpersonen, die besonders erfolgreich sind beim Lernen, dann sind sie eben die wie bei Hattie, die hohe Lenkung, ja, hohe Lenkung, viel Feedback, viel Kontrolle. Genau nicht, tu selber, eigenständig, selbst reguliert und so weiter. Genau nicht. Also viel autoritär. Ja, man kann sagen autoritär, man kann sagen einfach Lenkung. Und Lenkung heisst, ich würde so sagen, und das weiss man ja aus, das weiss man aus Studien, auch Studien, kleinen Studien, die in der Schweiz durchgeführt worden sind, die hohe Lenkung ist nicht gegen das Kind. Und wenn sie ein leistungsstarkes Kind sind, schulisch leistungsstark, dann sind sie eigentlich in jeder Welt, in jeder Didaktik können sie überleben und werden gute Leistungen zeigen. Aber die leistungsschwachen und die mittelstarken, die können schwächer werden, wenn sie ihnen zu viel zumuten. Oder zu viel Eigenständigkeit zumuten. Und deshalb würde ich das sehr ambivalent anschauen. Man sagt, das ist individuell, das machen jetzt alle für sich. Das kann die Schere eher noch öffnen. Das heisst, die hohe Lenkung ist nicht gegen das Kind gerichtet. Und das weiss eigentlich jeder, auch mal praktisch gewesene Pädagoge weiss, wer Mühe hat, dem muss man viel Kontrolle geben. Kontrolle ist nichts was Böses, sondern man hilft dem Kind zu zeigen, schau, jetzt hast du das gemacht, das kannst du noch nicht, jetzt machen wir als Nächsten diesen Schritt. Das heisst, kleinmaschiger Vorgehen. Und wenn man diese Idee, also die hohe Lenkung, für solche Fälle als schlechte Pädagogik anschaut, dann merkt man, dann haben wir ein Feld, wo das Vokabular nur noch politisiert ist. Und das haben wir weitgehend heute. Aber es ist ja tatsächlich so, Sie erwähnen auch immer wieder Rousseau, es gibt diese Idee bei Jean-Jacques Rousseau und die hat dann auch die Reformpädagogik stark inspiriert, Montessori und so weiter. Diese Idee, dass eigentlich alles im Kind schon angelegt ist und Hauptsache, man lässt das Kind in der Natur seine Erfahrungen machen, das Kind wird sich schon selber entwickeln. Also gerade nicht dieses starke Lenkungsmanöver des Lehrers, der Lehrerin. Ja, das ist, also, das ist nicht mein Rousseau, sozusagen. Mein Rousseau ist ein anderer Rousseau. Sie picken sich daraus, was Ihnen gefällt? Ja, es ist auch nicht der Rousseau, weil der Emil ist eigentlich ein Gedankenexperiment und man kann den so naturalistisch lesen, aber dann versteht man Rousseau meines Erachtens nicht. Rousseau ist eine ganz widersprüchliche Figur, der sich seiner Widersprüche sozusagen bewusst ist und er ist eigentlich ein Seismograph der Gesellschaft gewesen, in der er gelebt hat und er ist sicher eine höchst problematische Figur, auch als Person gewesen und deshalb diese pädagogische und reformpädagogische Verklärung von Rousseau, die ist ganz schwierig. Hingegen, ihn als interessanten Philosophen zu lesen, ist, glaube ich, sehr wichtig und die, die, es gibt hier nicht ein Zurück zur Natur, sondern es gibt in seiner Pädagogik natürlich zum ersten Mal wirklich ausgereift die Idee, dass man quasi die Entwicklung des Kindes kennen muss, sozusagen seine Natur kennen muss, um dann eine angemessene Pädagogik zu haben. Insofern könnte man sagen, Rousseau ist einer der ersten, der eine entwicklungsorientierte Pädagogik versucht und dass es, die Natur ist nicht der Wald, sondern die Natur ist die Entwicklung des Kindes. Und natürlich ist er voll die Widersprüche, etwa eben dieser Emil, niemand von uns möchte doch Emil sein, dann ist er mit Jean-Jacques zusammen und man ist immer allein, es ist ganz fürchtlich und immer muss man alles allein selber herausfinden, dann ist man im Wald und dann hat man Angst als Emil und dann sagt der Typ, wie man sich dann in diesem Moos orientieren muss und so weiter, dann merkt man, das kann es ja nicht sein. Das sind Ideen, die nicht sozusagen in die Praxis umgesetzt werden können. Dennoch habe ich immer den Eindruck, es gibt ja schon so eine Sehnsucht danach, in alternativen Schulen darüber nachzudenken, wie viel Schule braucht es denn eigentlich, wie viel Steuerung. Denken wir an die Villa Monte im Kanton Schwyz, ein Schulprojekt, bei dem die Kinder eben keine Lehrpläne haben, sondern sich komplett frei eigentlich bewegen und man sieht am Ende der Schulkarriere, die haben auch was gelernt, die haben sogar das meiste ebenso gut gelernt wie die anderen Kinder. Also wozu braucht es Schulen, wenn eigentlich auch wie Remo Lago sagt, die Neugier, das Lernen wollen, in jedem Kind schon angelegt ist? Ja, das ist eben jetzt, das würde ich jetzt sagen, das ist ein nobler, das ist ein nobler Rousseauismus, das ist eine Verklärung sozusagen der Natur, dass das, die Natur, das Bild, die Natur des Kindes und seine Entwicklung, seine Neugier und so weiter, niemand würde das bestreiten, dass das das Modell sein kann, wie man das Schulsystem in einer modernen Gesellschaft organisiert, das geht nicht. Und natürlich, man kann das machen, aber es ist romantisch, das ist jetzt eine Schulkritik, die meines Erachtens eine romantische Schulkritik ist, das sage ich nicht, dass sie falsch ist, sie trifft etwas, wie viele andere Kritiken auch, aber sie negiert das System, die unterschiedlichen und zwar widersprüchlichen Funktionen der Schule für die Gesellschaft, etwa die Selektionsfunktion, das können Sie mit Rousseau nicht richtig erklären und auch mit der Neugier des Kindes, und Selektion heisst Schaffung von ungleichen Zukunftschancen, am Schluss sollen nicht alle die gleichen Berechtigungen haben, das heisst, wir haben hier wie ein Wettbewerb auch innerhalb der Bildung und da können Sie lange mit dem Hirn bei Spitzer oder mit dem Kind und seiner Neugierde bei Largo oder dann kommt der Precht und die haben alle ganz starke Ideen, warum die Schule schlecht ist und wie man sie verändern sollte. Gemeinsam ist ihnen ein unterkomplexes Verständnis von Bildungssystem, die Komplexität der Aufgaben und Funktionen und sobald man diese Einsichten ein bisschen ernster nimmt, kann man nicht einfach aus dieser partikulären Perspektive, die als sicher berechtigt ist. Eine medizinische Perspektive ist eine andere als eine ökonomische und ist eine andere als eine juristische und das sind alles Perspektiven, die unser Verständnis von Schule prägen und prägen müssen und die Institution der Schule ist nur bedingt eine pädagogische Institution, nur bedingt. Sie hat sogar Aufgaben, die pädagogisch, ethisch schwierig sind. Wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel die Selektion. Wenn ich Ihnen so zuhöre, kriege ich so ein bisschen den Eindruck, es gibt einen Widerspruch, es gibt einerseits Ihr Plädoyer dafür, Schule als System zu bewahren und zu sagen, das ist Teil der Gesellschaft, da hat die Schule eben auch vielleicht widersprüchliche Funktionen wie Selektion, sie hat auch, Sie sagen an einer Stelle sehr schön, eine Aufbewahrungsfunktion, irgendwo müssen die Kinder ja sein. Gleichzeitig sagen Sie aber auch immer wieder, wir müssen Schule schon auch kritisch ansehen oder die Neomanie kritisch ansehen, damit nicht alles, was wir lernen, etwas nützen muss, sondern es diesen Sinnüberschuss noch gibt. Also ich verstehe jetzt noch nicht ganz, wie verhält sich die Schule zur Gesellschaft? Die Schule ist ein Teil der Gesellschaft. Sie ist konstitutiv für moderne Gesellschaft. Und die Reformschulen, die Sie jetzt genannt haben, viele Versuche, die sind sehr wichtig und die Reformschulen haben das pädagogische Denken und die schulische Praxis in den staatlichen Schulen sehr verändert über die Zeit. Nicht nur auf der Vokabular-Ebene. Was ich sagen wollte, ist, wenn die Dinge kompliziert sind, soll man diese Komplexität angemessen berücksichtigen. Und ich wollte sagen, dass manche nur deshalb so überzeugen können, Sie haben jetzt einige Figuren genannt, weil sie die Komplexität ignorieren, sei es bewusst oder nicht, weil sie leidenschaftlich eine Sicht haben. Dann heisst es kindgerechte Schule, als ob klar wäre, was kindgerecht sein eigentlich bedeutet. Ob das das Kind als zukünftiger Arbeitnehmer oder das Kind jetzt. Und da merkt man doch, und Rousseau wenigstens, wie viele Reformpädagogen haben gemerkt, die Bedürfnisse der Gegenwart des Kindes, die muss man ernst nehmen. Das ist sozusagen, das ist, ich würde sagen, das ist der grosse Blick auf die Kinder. Aber es gibt Bedürfnisse der Zukunft. Es gibt die Bedürfnisse der Gesamtgesellschaft. Und jetzt zu glauben, dass das so ein harmonisches Ganzes geben würde, das ist ein schlechter Platonismus. Aber offenbar, dann kann man nur aufrechterhalten, wenn man nicht die Systemebene mit berücksichtigt. Sie sind selber Vater von vier Kindern. Ich glaube, das Jüngste ist 14, das Älteste 23. 25? Ja, 25. 25. Alle sind in die normale Regelschule gegangen. Ja, so ist es ja. Das heisst, Sie hatten selber nie als Vater den Eindruck, Sie müssen die Kinder da in eine Reformschule schicken. Ach doch, doch, ich hätte es Ihnen oft gewünscht. Ich habe überhaupt nichts gegen Reformschulen, im Gegenteil, ich habe etwas gegen bestimmte Ideologisierungen, aber ich glaube schon, dass in sehr vielen Reformschulen eben genau wirklich gute Praxis geleistet wird, gute Arbeit geleistet wird und das hängt meines Erachtens ganz entscheidend von der Identifizierung der Lehrpersonen, die dort sind, zusammen und natürlich dem Rückhalt, auch dem ideologischen Rückhalt der Eltern, die ihr Kind dann dorthin schicken und vielleicht auch unter Umständen das Kind selber, dass diese Exklusivität dann vielleicht ein bisschen schätzen lernt. Deshalb, ich würde sagen, das finde ich exklusiv. In der Schweiz sind etwa fünf Prozent, glaube ich, sind in den Privatschulen untergebracht, das sind sehr wenige und dagegen habe ich überhaupt nichts. Trotzdem bin ich natürlich nicht nur von meiner Herkunft her, sondern auch von meiner politischen Einstellung ganz auf der Seite der staatlichen Schule und der Staatsaufgabe, was die Bildung anbelangt. Wenn ich Ihnen zuhöre, kriege ich den Eindruck, vielleicht stimmt im Schulsystem der Satz, progressiv zu sein, heisst manchmal auch konservativ zu sein. Herr Reichenbach, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ja, danke Ihnen. Wir lernen bekanntlich nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit Hand und Herz. Ums Lernen als sinnliche Erfahrung geht es heute Abend kurz nach elf in der Sternstunde Kunst im Kinofilm Tanzträume. Der Film zeigt Jugendliche bei der Probenarbeit zu einem Stück von Pina Bausch. Am kommenden Sonntag spreche ich anlässlich des 80. Geburtstags des Dalai Lama mit seinem Übersetzer und Vertrauten, mit dem buddhistischen Mönch Mathieu Ricard. Schön, wenn Sie wieder dabei sind. Jetzt aber erst mal einen schönen Sonntag. Untertitelung im Auftrag des ZDF,